Hey. Hi. Un agua, por favor. Un agua, por favor. Adiós. Warum hast du deine Freundin nicht mitgebracht? Sie will nicht. Wieso das denn? Falls euch nichts angeht. Er hat aber einen süßen Akzent. Sie Französin? Sie war auf dem Boot. Auf welchem Boot? Na, auf dem Boot aus der Zeitung. Sie war auch fast ertrunken. Papa, ich möchte dich einmal als Verteidiger leben und nicht als scheiß Staatsanwalt! Einmal! Wie soll ich dich denn verteidigen, wenn du alles falsch machst? Mann, auch dann sollst du mich verteidigen! Einmal! Wieso? Wer bist du denn? Dein Sohn! Was könnte dann jeder Sohn sagen? Ich dachte, ich wäre der Einzige! So oft hast du Mama betrogen, ja? Arschloch! Was hat er gesagt? Ich weiß nichts. Kennst du ihn? Er kannte mich. Jamil, sag jetzt, was los ist! Sie gefährlich! Was sollen sie uns denn tun, hm? Du kommst mit uns nach Hause. Na, was? Sie haben die Barsch. Der Barsch von hier. Dolce Vita. Ja, warum? Ist das ein Barsch der Barsch der Radar beschädigt? Es ist grundsätzlich falsch, diesen Schwein Geld zu geben. Das sind Kriminelle, mit denen macht man keine Geschäfte. Pass auf. Ihr Freund, Sie haben heute mit dem Wagen nach Deutschland. Da braucht sie keine Papiere. Jetzt hör auf mit dem Quatsch, du machst den Nuller Verrückter. Verrückt bin ich, ja? Das denkst du, ja? Ich mach das, wenn sie will. Nein, das wird sie nicht tun, weil sie Angst um ihre Schwester zu Hause hat. Sie würden sie töten. Warum lächst du dir solche Märchen erzählen? Mann, Jami, lüge nicht! Das ist die Wahrheit! Leih mir das Geld, bitte. Das ist ausgeschlossen. Papa, bitte. Leih mir das Geld. Papa! 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 Da! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018